Hallo und herzlich willkommen zur Geisterstunde und zwar habe ich jetzt beschlossen mal hier so ein kleines Easter Egg aus GTA 5.4 zu präsentieren. Habe ich selbst noch nie gesehen, aber das musste dir doch mal angucken. Das ist der Geist von Leonora Johnson, glaube ich. Hieße so? Ich weiß nicht, ist das die, ist gleich nicht, ob das jetzt dieselbe ist. Boah, ist schon ein bisschen creepy, ne? Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das die ist, um diese auch in den Briefen geht, wo man diese Briefschnipsel sammeln kann. Aber irgendwie schon cool, ne? Schwebt da einfach hier mit so ein paar Partikeln, die drumherum schweben, rumschwirren, schwebt die da auf dieser Klippe. Und da steht irgendwas geschrieben mit Blut oder so. Gehen wir mal gucken. Also wenn man näher rankommt, Plaster ist außen, verschwindet dann. Wie kommt's jetzt? Ah ja, wenn man wieder weg geht, kommt's wieder, alles klar. Dann gehen wir mal dahin, gucken wir doch mal, was da geschrieben steht. Wir sind ja neugierig. Na, Michael, hörst du mal auf? Na, 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 komm, du willst doch nicht die Lippen runterfallen. Jock. Alles klar. Spielt wohl auf, äh, den Mörder an. Uah! The fuck! Der, das fängt mal an mit dem Sniper zu zoomen und dann taucht das Ding vor allem wieder auf. Wahnsinn. Achtung, uah! Alter Verwalter. Ja, Moment. Flur haben wir. Okay, ich glaube, jetzt ist es wieder weg. Das ist nur von elf bis null Uhr da. Das ist übrigens, äh, der Leuchtturm. Das ist hier in der Nähe vom Leuchtturm. Und, äh, ich würde sagen, dass es jetzt eh vorbei ist. Äh, können wir da wieder verschwinden. Und zwar verschwinden wir einfach mal, indem wir auf die Karte gucken. Was haben wir denn so feines? Eigentlich egal. Ich würde sagen, wechseln wir mal auf. Franklin. So. Bin ich nämlich jetzt auch gerade mal so hingefahren von dem, äh, U-Bahn-Tunnel aus. Und mir dachte, so, da fähre ich jetzt mal hin. Habe ich eh gerade gemerkt, dass, äh, die Dämmerung geht. Und da dachte ich mir, fähre ich da mal hin. So, genug Geister. Dann würde ich ja mal sagen, fahr mal jetzt, ah, warum eigentlich nicht, zu dem Fragezeichen, das da direkt nebendran ist. Bin mal gespannt, was das ist. Hi. Who are you? What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking to fools. What would you say, if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And this luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I'd say go fuck yourself. Bronze medal then? What a funny motherfucker. Jux aus der Garage holen, aber, nee. Ja, ich schätze mal, das andere Auto von dem guten Franklin hier wäre sicher passend. Äh, nee. Ich hätte keinen richtigen Sportwagen. Gibt's hier nicht sowas? Mal einfach so da rumstehen, rumfahrend. Irgendwie, ich glaube, ich fahre. Ich mache hier mal die Musik aus. Ich fahre auf die Autobahn rauf. Äh, nein. Wo will ich denn da hin? Das ist ja völlig falsche Richtung. Ich wollte in die Stadt. Da brauche ich ja gar nicht auf die Autobahn zu fahren. Das ist wieder nur ein Schrott-Auto. Beziehungsweise hat keinen Sportwagen. Ich hätte gerne jetzt einen Supersportwagen. Ja, Moment, da fährt doch was. Was? Ist das ein Jester? Gib mir mal deinen Jester. Das ist ein Jester. Bin mir sicher. Ja, Dinka Jester. Begib dich zum Rennen. Das ist jetzt zwar nur ein Sportwagen, aber ich denke mal, das dürfte ausreichen. Ich werde jetzt nicht unbedingt einen Supersportwagen für diese Veranstaltung hier brauchen. Ach, ja, freue mich irgendwie schon drauf. Das sind jetzt wohl Rennen. die schalten wir jetzt damit wohl frei. Aber was wäre ein GTA ohne Rennen? Hm, hm, hm. So, ohne Straßenrennen. Schleunigungen mitgenommen. Oh, fuck. Ja, hat uns viel gebracht, ne. Sehr, sehr viel. Shit. Und schon sind wir letzter. Ah, Moment, ich hätte ja Spezialfähigkeit einschalten können. Oh, Windschatten. Wie bist du jetzt noch in diesem Fall? Geh' zurück, Dinka. Ich hoffe ja mal, dass man die Rennen auch ohne Windschatten zu nützen gewinnen kann. Was? Ah, verwirr mich nicht alles hier mit irgendwelchen Einblendungen. Was soll ich da nach hinten ziehen? Ich kann doch sicher hier Sprenglings Spezialfähigkeit nutzen, oder? So, ich muss jetzt aber auf jeden Fall mal gucken, dass ich hier an die Spitze komme. Ich bin dritter mit momentan. Komm, lass mich mal vorbei. Wäre echt cool. Hure. Schubst mich auch noch. Hey, der ist wieder vorbei. Ich versuche es jetzt echt mal ohne Spezialfähigkeit. Ich hoffe, dass ich noch genügend Checkpoints übrig habe. Ach ja, noch eine zweite Runde. Fick. Gut, noch eine zweite Runde. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ach, du hast jetzt gerade Crash gebaut. So, jetzt bin ich erst da. So gefällt mir das. Das ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen russisch gefangen. Ja gut, ich... Ja, wie gewohnt kriegt man hier megamäßig Vorsprung auf die Reihe. Bei den GTA-Rennen. Bei den Rennen in GTA. Sagen wir es mal so. Weiß ja nicht, ob ich hier GTA-mäßig wirklich auch durch die Gegend ballern darf. Waffen hätte ich ja. An ein paar Platten schießen oder so. Weiß ja nicht, ob es in folgenden Rennen auch noch irgendwie in die Richtung abgehen mag. Na, da kommen schon ein paar wieder mehr auf die Fasen, aber kein Problem. So, und jetzt? Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Bestanden harte Arbeit. Oh, 100% schnellste Runde zu kurz gekommen. Unfallfreies Rennen 2. Okay, ich habe hier alle drei Sachen erledigt. Das ist doch cool. Gut, dann haben wir das jetzt mal geschafft. Was machen wir als nächstes? Da vorne ist Franklins Garage. Hör mir doch mal ist das B-Fragezeichen hier in der Nähe. Pum, 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 Pum. Ansonsten da haben wir so Story- mäßig noch ein bisschen was zu tun. Ich frage mich, wo Trevor rumhängt. Hm, ich glaube, Trevor-mäßig könnte ich ja eigentlich mal gucken, dass ich den in den nächsten Part hole. Also für den nächsten Part. Was? Du hast Glück und es läuft immer irgendwo ein Rennen, wenn du Interesse hast. Bar zu einem Treffpunkt. Au. Franklin kann sein Straßenrennen in Andreas teilnehmen. Er findet bei Rennen diese Rennen blab. Okay. Bitteschön, Infobenachrichtigungen. Ähm. Diese Rennen sind nur zwischen 20 und 5 Uhr verfügbar. Okay. Nur zwischen 20 und 5 Uhr nur nachts Nachtrennen alle. Also, aha. Wo haben wir denn hier Rennen? Gehört das hier dazu? Gelände, Motorrad, Gott. Ich glaube, hier ist eins. Ähm. Werden die nach und nach freigeschaltet? Ich schätze ja mal fast. Weißt du was? Wir haben jetzt gerade ein passendes Auto und es ist gerade noch Nacht. Da wollen wir doch mal noch ein bisschen weitermachen mit Rennen. Mal gucken, vielleicht können wir ja noch ein paar machen. Gut, dann müssen wir halt auch wieder mal drauf achten, dass wir da, wenn es mal Nacht ist, wenn es mal Zeit ist, so, dann auch mal hinfahren. weil wenn es halt nur nachts machbar ist, müssen wir halt auch nachts hinfahren. Wollte ich schon ein Stück zu... Alter, wenn ich es so weitermache, dann ist das Auto kaputt, bevor ich das nächste Rennen fahre. Wir wollen natürlich hier Rennen gewinnen können damit und nicht irgendwie ein Reifen schon am Klemmen ist Rad und die Kache zu verbeult ist ist natürlich nicht zu diesem Motorrad Rennen muss ich auch mal fahren. Ich weiß nicht, ob das auch nur Franklin machen, obwohl Frank ist hier so der Typ Teilnahme kostet noch 500 Dollar. Okay. Natürlich, natürlich, wie immer ganz hinten eingereiht. So, Jungs, lass den guten Franklin mal vorbei. Ah, dieser Start, der gefällt mir doch schon viel besser. der hätte auch viel besser hingehauen. Wie viele Runden machen wir jetzt hier? Oder ist das ein Punkt-zu-Punkt-Rennen? Ich will ihn ordentlich Gas geben, damit wir die Konkurrenz ein bisschen hinter uns lassen. Wir sollen möglichst nur die Rücklichter sehen. So, lass mich mal vorbei. ich möchte jetzt keine Unfälle bauen. Und natürlich trotzdem auch schnell sein. Gucken, kriege ich da Info-Mationen? Leider nicht, wenn es so Spiel zu viel geht, ja online. Bin mir gewohnt, dass ich allerlei Infos kriege, wenn ich auf Y drücke. Und im Single-Player zooms mal dann nur ein Stückchen die Karte. Wobei ich da den Karten zoomen auch sehr viel praktischer finde. Jetzt haben wir hier auch keine Konkurrenz vor uns, die nervt. Die ist jetzt schon ein bisschen nervig, wenn die hier vor einem fährt und man muss einen Weg drumherum finden. Ist doch so viel angenehmer. muss ich sagen. So. Also das ist schon ziemlich lang jetzt schon, finde ich. Könnte durchaus sein, dass es hier keine zweite Runde gibt. Gleich aber auch schon. Das ist auf jeden Fall vermeiden, sollte ich jetzt einen Unfall zu bauen, weil sonst kommt die Konkurrenz nämlich ruckzuck wieder ran. Ich habe so das Gefühl, dass hier so eine leichte Gummiband Eingebaut eingebaut haben. Fand ich einen San Andreas war das glaube ich nicht so. Da einer vorne weg es geschafft hat, den hast du nicht mehr eingeholt. Oder umgekehrt, wenn du es vorne weg geschafft hast, haben die dich nicht mehr eingeholt. hier scheint das wohl doch ein bisschen anders zu sein, die werden hier ein bisschen rangezogen wohl, auch mal. Aber echt, ich möchte jetzt keine zweite Runde fahren. das Rennen auch gewinnen. Also KI bleibt mal schön hinter mir. Ei, ei. Das ist echt schade, man kann ein Part ja Knopfdruck gucken, wie weit es noch ist. Und Checkpoint anzeigen lassen. Ich weiß nicht ob und wie das hier auch geht, aber scheinbar geht es nicht. Ich kann nicht auf Escape Drücken und die Karte zu raten fragen. Will ich jetzt aber auch nicht probieren. Da vorne ist eh das Ziel. Brauche ich jetzt nur noch Gas zu geben, da kommt jetzt keiner mehr. Könnte noch eine Laterne mit nehmen, aber besser nicht. Erster Platz Stadtrundfahrt und nein, nicht erneut versuchen, fortfahren. Weltrekord ist mal wieder übertrieben. Cool. So, das dürfte ja eigentlich bestanden sein, oder? Kommt da noch ein bestanden? Ach ne, das ist einfach nur das Rennen. Das war ja jetzt keine Mission wie das eben. So, mal gucken, ob wir irgendwo ein weiteres entdecken. Rennen, Rennen, Rennen. Kann ich hier mal irgendwie, na, werden die Rennen halt daraus geblendet. Ja, gut, da würde ich mal sagen, lassen wir es dabei und dann mache ich jetzt hier auch mal Schluss und dann geht es im nächsten Part weiter und zwar fahre ich mit Trevor mal wieder hier zum Flugplatz und na, hier zu diesem und mache da mal noch ein paar Dinge. Weil ich glaube, da muss ja doch auch noch was kommen, glaube ich. Naja, wie auch immer, ich würde sagen, im nächsten Part geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.